Ich werde noch mal eben nach Majula gehen und den Rüstungshändler ansprechen. Vielleicht hat der ja ein Schild, was besser ist als das, was ich jetzt gerade habe. Ich glaube es zwar fast nicht, aber möglich wär's ja. Vielleicht bin ich ja so lucky. Vielleicht kann ich sogar benutzen. Ja, blau. Okay. Das hier. 1500. Taren von von hat dann viele Wege. Aber selbst 90% sind eigentlich nicht genug. Ich brauche ein 100% Schild. Den kriege ich nicht. Außerdem, wo kriege ich die Seelen? Wo kriege ich die Seelen? Ich kriege die Seelen nicht so schnell. Ich habe nichts, was mir Seelen gibt. Die habe ich jetzt alle schon ausgegeben. Das ist natürlich schön blöd. Und ich will nicht die Seele von dem Riesen einsetzen. Bevor ich nicht weiß, ob ich die gebrauchen kann. Wir werden nochmal den Finstergeist versuchen. Bevor wir uns mit unserem freundlichen Endgegner befassen. Das ist nur ein Gebrauch. Ich bin nur hier. Aber das ist das.. Ich holee die Seelen nicht raus, bis ich die Vor. So Easy So macht man das Menschenbild Hm Hallo Lol Feinde reagieren auf Eindringlinge aus Ah Okay, ist ein Online-Item Ja, fick dich Ich geh jetzt eh wieder So, jetzt haben wir genug für den Schild Jawohl Als hätte ich's geahnt Ha, ich bin einfach so klug Uh, uh Felix ist klug K, L, U, K Weiter geht's Weiter geht's Ich hoffe, der ist wirklich besser Aber egal Wir kaufen den jetzt Oh, der ist bestimmt mega schwer Ja, bla bla Erstmal trinken Nein Der ist schlechter Und schwerer Nein Nein Oh, nö Tja, da hab ich jetzt Hart genoobt Tja Voll blöd, dass man nicht vergleichen kann Ach, Mann Ich bin so dumm Hab ich richtig gut verschwendet Den Scheiß jetzt Alter Das war ja mal mega Premium Seit wann steht die denn da Hallo Oh Wie hübsch Guck mal Wir sehen so gut aus Und die hat Sieht so scheiße aus Ach Kein Problem Sieht viel besser Als das Kleid aus Be safe Danke I win Jawohl Zeig nach oben Okay Kardinalstour Okay Tja Dann heißt es wohl Oder übel Kein neues Schild für mich Was hast du hier noch so Kein Doofzweig Kein Schlüssel Keine geile Scheiße Außer Menschenbilder Aber auch nur maximal drei Aber auch nur maximal drei Oh Okay Oh shit Wo werfen die denn denn Habe ich zu spät Aber dem großen Hab ich eh nicht so viel Zeit Zum Regeln Das macht nichts wenn ich Wenn ich hier eins einsetze Weiter geht´s Weiter geht´s Weiter geht´s Weiter geht´s Weiter geht´s Geht´s Nice Ach fick dich Aber ich regeneriere mich noch weiter Alter ist klar Jungens Govers Schutzring Puh Ja Next try Vielleicht funktioniert es ja In diesem Anlauf Ich bin schon ganz schön Nupig Alter Alter wo werfen die eigentlich hin Geht's 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 Schicksale Schноз Alter, da kann selbst meine Oma besser werfen so 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 Was ist das? Alter, der ist einfach zu schnell. Ich kann nicht mal regenerieren bei dem Wichser. Boah, Alter. Regt mich der Kerl auf. Aber ich kann nirgendwo anders hin. Es gibt nur eine andere Möglichkeit. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht richtig. Mal gucken. Ich muss gerade ein wenig ausprobieren, also entschuldigt, dass wir so viele reisen. Bitte entschuldigt es. Bitte hasst mich nicht. So. Einziger Weg, wo ich noch nicht war, ist hier. Das ist wirklich der einzige Weg, den es sonst noch gibt, der mir bekannt ist, wo wir lang können. Außer das Nebel-Dings. Aber... Aber das Nebel-Dings zählt nicht. Komm schon. Ja, habt ihr doch bestimmt irgendwas Böses eingebaut. Enge Gänge sind immer schlecht. Neh, nehm ich. Der ist bestimmt besser. Der sieht nach Karmesin aus. 70%. Fick dich. Nicht darunter springen. Hier ist dein Schalter. Nice. Okay, der Schalter. Ganz im Schaubel. Ich brauche keinen Schalter. Und ein zerbrochenes Diebenschwert. Nice. Zerbrochene Schwerter. Zerbrochene Schwerter sind schon mal die richtige Richtung. Hi. Wagt es ja nicht. Kurz gesagt, versucht Boss. Okay. Okay. Ich weiß nicht, aber das sieht auch nicht richtig aus. Oh, hi. Hi. Hello, my friend. Ich setze mich einfach hin. Dann habe ich wieder volles Leben, was ich eventuell vorher schon hatte, was ich aber nicht weiß. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht bin ich hier ja eher richtig. Auf jeden Fall will ich die, glaube ich, nicht angreifen, die Heideritter. Oh Gott. Alter. Du brauchst nicht so oft zuhauen. Alter. 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 Ich muss nur mal eben was trinken, ja? Also, scheue dich nicht zu wagen. Haha. Okay, 400 Seelen geben die. Da ist ein Item. Okay. Zu wissen, da ist auch ein Item. What? 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 Alter, wie ist der da hingekommen? Dass der... Das... Wie? Alter, der muss... Der muss ja von... Alter, das ist niemals möglich. Aber es muss möglich sein. Oder? Also... What? Alles klar. Ja, ja. Willst, willst, dass ich dir meinen Rücken zudrehe, ne? Naja, doch nicht. Ah. Ah. Das... Okay, aber du kannst nix. Du kannst nix, mein Freund. Oh, ich mag Schalter. Schalter! Schalt ihn! Spektakulär. Spektakulär. Who doesn't like Schinken? Ähm... Da ist ne Kiste. Okay. Hm? Autsch! Ich hätte mich vielleicht eher zurückziehen sollen, als, äh, ihn einfach angreifen und dann so denken, uh, jetzt sollte ich was trinken. Aber gut. Boom, boom. Ich auch deine 3er Kombi. Voila. Sooo. Sooo. Ganz gar nix. Hast du ein Item verloren? Nein, hast du nicht. Ich... Und wo. So, darauf trinken wir erstmal was. Was? Alter. Wie kann's sein? Hoa! Boah. Oh! Oh! Bitte mich nicht runterschmeißen. Das wär nicht so nett. Oh, das ist neu. Du kannst aber trotzdem nix. Du kannst aber trotzdem nix. Den Schalter hab ich ja schon aktiviert. Jetzt haben wir wieder 1200 Sälen. Hello! Wow! Keine Ahnung, warum ich das gesagt hab. Oh, shit. Der folgt mir echt hier hin. Na gut. Dann reicht halt weiter. Bis du mir nicht mehr folgst. Folgst mir immer noch. Los. Komm her. Hier können wir fighten. Hier hab ich genug Platz. Um um dich herum zu tänzeln. Die klassische Dark Souls Taktik. Na los. Komm her. Hast nix drauf, ne? Keine Eier. Hm? 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 Ja, bisschen näher noch. Bisschen näher. Ja, so ist gut. So. Danke. Oh. Oh. Hi. Was kommen die denn hier hin? Was kommen die denn hier hin? Okay, jetzt muss ich tatsächlich gegen beide kämpfen. Okay. Zwei auf einmal. Mal. Oh, shit. Ich hab gedacht, da hätte ich mein Schild schon oben gehabt. Tja. Hatte ich wohl nicht. Was bedeutet? Next try. Bye. Bye. п